Daran hatte ich tatsächlich nicht gedacht Oh, ich dachte gerade, ich hätte den Lockdown geschlossen Alter, oh jei, jei, jei Alter Dürt Wow, instant fun Denken wir, das liegt am Jace Aber das liegt am Jungler Warheit, Lark ist am Trash Das war Varus Na, das ist Quatsch, glaube ich Liegt das am Jungler What the fuck Okay, ähm Weißt du, jetzt denken sie, sie haben mich outplayed Aber wie reagieren wir Aber jetzt kommt einfach Camille, weißt du Er wird noch schlimmer Bist du sicher, warst du mit Fiora zur Zeit? Oder Jax? Ne, ne, ja Jax ist okay Schauen wir mal, schauen wir mal Aber Camille ist insane Und was ist mit Klett? Maokai, Sijorani, ne? Klett ist, na, na, na Genau ist auch noch okay Vielleicht, oh Moment mal, warte mal Die haben ja jetzt First Pick, da müssen wir ja Joe bannen Oder Thrash Ne, 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 wir bannen keinen Joe What? Wenn der Joe spielt, top, dann rippe ich den Also Maokai und hier Wesentlich schlimmer Emo Was ist mit Thrash? Also zu bannen Wegen First Pick? Ja, wenn die, dann First Pick Die einen von denen Entweder Jogart oder hier Wenn nicht, dann können wir beide Also lassen wir beide Und wenn die, okay Thrash, Jogart wäre insane Ja, wir traden halt Ja, dann, äh, was haben wir noch gebannt? Wir können Thrash eigentlich bannen Wir können Thrash eigentlich bannen Ne, ich muss, ich will es dir Ich habe wirklich keinen Bock gegen dich Ich bin dran, yo Das ist für mich auch so ein Skill Equalizer Wenn ich nicht da haben will So, jetzt kommt die Frage Kriegen wir Thrash, Chugart in der First Rotation? Oh, der Biker Achso, ja Das wäre schon Thrash Elise? Ja Würde ich sagen Warte mal, aber eben Die gehen dann für Kragas Chugart, ne? Das ist schon beefy Ich kann auch Kragas spielen Die waren eben auch beefy Dann gib mir Kragas Ich meine, der kann ja nur Kragas Nee, 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 geht durch den Lies und abuse den Chugart Könnt ihr schon machen Ich würde auch, ja Für Lies gehen Soll ich für Lies Die müssen ja auch erstmal rankommen, ne? Kevin, was pickst du? Okay Äh, ich pick erst meine Lies Oh, nee, ich pick, äh, Thresh actually Ja, du hast nur eine Sekunde, okay Ah, easy Ähm Das kann auch Chugart Jungle sein, ne? Also die können top Ja, ja, deswegen, wir schauen mal Wir schauen mal Ja, wir sind in der Last Pick Genau Ich werde gleich wahrscheinlich Das heißt, die Pickett Elise? Jo Jo Sicher nicht Kragas Weil der, der kann Der ist noch nicht Main Jungler Und kann nur zwei, oder? Was war das Kragas und? Ja, aber Irgendwas hat er denn noch Sejuani hat er die ganze Zeit gespielt Sejuani, ja Nee, nee, pick, äh Okay, alles klar Also ich finde so Billy Tanks gegen Chugart halt richtig ripp Weil du wirst halt gefressen so Mit, wenn er voll Mit, mit, mit 7, 7 K-H Da kannst du auch nicht viel machen Hast du schon mal gegen den neuen Chugart gespielt, Max? Jo, macht halt Aua Aber Übel Aber nur wenn der Melee wirklich rankommt Ja, ja, aber Wenn ich einmal höre Oh mein Gott, das hat ja viel Schaden gemacht Du wurdest hiermit offiziell gewarnt Wenn du an Chugart dran bist Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stolpst, sehr hoch Außer bis Ja, klar Gibt Ausnahmen Ich seh mich eigentlich auf so ein Korki Muss ich, oh Galio top Nee, es kann auch Galio Mitte sein Ist zur Zeit mehr gespielt Äh, wurde das nicht genervt irgendwie für Midlane? Nee, für Toplane Dachte ich hätte was auch Base Damage runter Aber dafür besser Scaling Aber keiner baut ein paar Jahre Also das ist eigentlich egal Äh Dann picken wir Botlane Warte mal Nee, ich kann jetzt auch einen Midlander picken Und dann noch zwei Midlander bannen Keine Ahnung, die sind jetzt schon so tanky Was ist der mit Cassio? Ja, irgendwas Wollen wir nicht wieder Catch kommen? Ich mein, wir haben Thresh und Elise wieder Dass du dann Luchs, was ist mit Luchs? Vielleicht geh ich für Korki Weil Heideen PS kommt gegen Triplefront Weiß nicht, ich find Korki gegen Galio halt richtig kacke Aber I trust Worauf? War der im Airboard, meinst du? Ja, war das so insane für der im Airboard Jawohl, ich werd nicht gängen Mit einem jetzt AD2-Bot-Spielenden Jawohl, ich werd nicht gängen Das ist ja nichts anderes zu den sonstigen Oh shit, was war nicht? Äh, Kasadin Ja Ich hätte jetzt, okay Warum bannen wir immer noch Kasadin? Das ist gutes gegen Korki, aber Ich dachte, das ist Galio Mitte Ja, das kann aber Die können halt swappen, wie sie wollen, ne? Und wir hatten auch vier Sekunden Wenn du was anderes hast, kannst du da auch Ich will Jarvan bannen Wir können auch einen ADC bannen, das geht auch Obwohl Jarvan brauche ich nicht, wenn Gnar offen ist Das ist ja die Frage Wir werden eigentlich Gin spielen, aber das hat sich glaube ich bei denen Aber wenn der Fio oder Botlaner, oder? Können wir nicht nur einen Midlaner bannen? Naja, wir wissen ja nicht, ob die Also Banu ist ein Toplaner Ja, Botlaner ist was wichtig Was ist Gin oder sowas wieder? Ach ne, Varus Gin würde ich wieder Banu mächt sein Ich hasse immer Frontlane mit Gin hinten Würde ich auch Und Gin ist für uns glaube ich hier nicht die beste Option, oder? Wir brauchen ja irgendwie Damage Draven, sogar Vayne oder sowas Vayne, glaube ich ziemlich scheiße Warum nicht wieder Tristana? Ja Oh, Tristana ist auch okay Das war so gut mit dem Blitzcrank Ja 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 Ei, ei, ei Das ist so ein Game, wenn einer der CCs trifft, bist du halt Was für ein ADC pickt man hier? Als Flügel spielen, wenn ihr wollt Wen? Naja, Flügel nicht so geil Sie wir Sie will halt late gehen Spielst du Vayne? Ich würde hier nicht Vayne gehen Warum nicht? Aber Zola muss das entscheiden, wir haben 5 Sekunden Ja, das ist ja das geile, kann alles schredden Nein, nein, nein Wenn er einmal facetapt, so Da ist halt Insta-Rit Sie wird Rissana, so ein bisschen mehr Range Ja, aber wenn sie darauf kommen Nee, Vayne hat genauso viel Vayne Ja, aber du hast ja Recursions Mit Humble und alles Du musst dir ja vorstellen, der Fokus wäre Komplett auf Vayne, weißt du was, wie ich für eine Freedom hätten Ja gut, aber ich will meinen ADC Jetzt hier nicht opfern Das ist ja keine Opferung Nee, Vayne mehr, okay, aber ich habe Keine Ahnung, wie viele Monate keine Vayne mehr Das ist was anderes Das ist natürlich jetzt spaßig Boah, haben die ne Ekle gekommen Die haben aber nicht genug Nach dem, was wir machen wollen, wenn wir Spielverspiel wollen Gehe ich auf jeden Fall Kami Wie ist das mit Shogart im Jungle? Ist der nicht anfällig für ein Vayne? Nö Was ist mit Klett, Alter? Hm Hatte ich auch vorgeschlagen, aber ich glaube Kami Nee, passt hier nicht so Ich würde Kami gehen Was ist gut gegen Galio? Wir spielen Kami, Kami, Kami Ja, dann swap mal schön, meine Schätze Moment, ich mach noch kurz, äh, ich mach noch kurz rum Äh, Mastery, Simon Ach, Syndra Ja, da, da Wie viel Magic Damage, wenn Lucien nicht gut ins Spiel kommt Das haben die keine möglichen AD Damage Jo Stimmt, ey Wird auch ein schöner Hexdrinker auf mir sein Ja, wird auf mir leider auch einer sein Jo Ah, da Wird Hexdrinker und Mercs Wie confident war so der Midlaner? Was hattest du für einen Eindruck? Kann ich schwer sagen, aber es war halt die absolute Farmlane und wir wussten das beide, glaube ich. Aber ich bin auf jeden Fall besser und der vielleicht steppt auch. Vielleicht können wir den ein bisschen viewsen, oder? Lass mal gucken, was der als Summoner mitnimmt. Wenn der Ignite mitnimmt, würde ich es sogar probieren. Weil, ich meine, wir können wieder versuchen, Kevin, die einen Kill zu geben. Ich weiß nicht, wie es mit Galio ist. Nee, also ich kann den halt übel rasieren. Ja, aber man kann dir ja eine kleine Rampe bieten, wie immer. Und dann, wenn das erledigt ist, dass ich mich auf Midlane fokussiere, zum Beispiel. Oder wie ist es auf der Botlane? Wir haben einen Pleasure. Also das Problem mit Midlane ist quasi, ich gebe dir halt nicht so viel beim Gank, ne? Ja, ja, ja. Ich habe halt nur Autodeck. Ich stehe da so, hey, Autodeck. Ja, du hast halt Damage, klar. Aber Kukor hält auch zehn Jahre. Ja, ja, klar. Und wir haben halt übelst einen Burst. Das ist halt nur nicht so der, also ja der Ghost, aber wir können es probieren, ja. Aber probiere es mal Toplane und dann gucken wir. Ja, ja, ja. Fokus wieder auf der Kompass, disengage mit Sivir, wenn sie engagen, und ich splitpusher. Weil die haben nichts, was mich halten kann. Problem ist halt Blitzcrank. Also wir dürfen uns nicht catchen lassen, nur unkonzentriert werden. Das ist halt so Snowball-y. Hier und Kesschen. Okay. Ich ziehe Runde. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde King of Spandau. Wir liegen 1-0 in Führung. Yes, baby! Und die Gegner haben aber jetzt so ziemlich eklig bekommen. Invaden wir irgendwie? Machen wir was? Ne, wir dürfen alles gegen Blitzcrank. Okay, Kutscha. Actually, wir können stacken. Lass mal her, schnell, schnell, schnell. Okay, dann lass uns hier stacken. So ein 5. Okay. Der hat letzten Cup gut geklappt, ne? Ja. Also ich finde den Bull schon mal so viel besser für den Ding, weil du hier das so schnell gewünscht hast. Pass auf, pass auf, steht man nicht so weit vorne. Ich auch, aber einer muss schon. So könnte es funktionieren. Aber mittlerweile sind die Sneaky und Hooken hier schon rein. Deswegen ist hier so gut, weil hier hockt nie einer. Die sind einfach... Und das bitte man sich auch schon, weil die Hälfte will immer den Weg nehmen und die andere Hälfte den. Ja. Das stimmt. Ich will hier bleiben, ich würde Blackboard erst durchziehen. Ja, ja, könnt ihr können. Statt zu Rob-Turnen wieder? Ja. Aber... Ne, diesmal könnte es nicht nerven. Doch, Mittler könnte nerven. Ja. Wird sie hier stehen, Kevin? Ich will da nicht stehen, ja. Aber dann, also wegen Wendy kommt. Verlierst du irgendwas drauf durch? Kommt drauf an. Okay. Ich bin einfach hier und kann immerhin noch moving, muss ich jetzt selber. Ich kann auch außen rumlaufen, ich geb dir einfach von hier den Pull. Okay. Das ist mir nur ne Auto-Tack hier. Du Schmiss-Bot, Blitzung-Sport. Ja, aber ich mach richtig juicy, du. Sag mal. Ich glaube, es ist ein Blue-Start. Das sind halt nicht gepult. Ja, ein Blue-Start. Jawohl. Die haben wir aber Bock zu pushen, Mann. Das bringt denen halt gar nichts, weil die Valve nicht mehr da ist. Die Zweite werden sie nicht vor uns kriegen. Ne. Glaube ich auch nicht. Ich hoffe, es hat mich wie vor. Soll ich schnell, oder? Ne, ne, ne. Ich chill erstmal, ja. Äh, Wotter hat gerade Trade gut verloren, auf jeden Fall. Ich hab' ich genau draus. Ich hab' sogar nicht pushen und dann warden gehen. Der wardet jetzt. Ist 3,50 circa, Wot. Weg. Aber der hat nicht im Trybrush gewordet. Okay. Ich kann nur einfach über Lane kommen und du pushst rein. Das ging auch. Ne. Ich bin jetzt beim Red. Ja. Geworden. Suntra ist recht anstrengend, aber ich glaube, ich hab's stabilisiert. Ich bin tot. Außer my bad. Ein cooldown von seinem E-Unterschutz. Okay, ich komm hoch. Shit. Wir haben Heal raus, Ignite, Flash. Hat der Lucien auch geflasht? Mein Q hatte eine Sekunde, als er hätte... Du gibst mir go? Ne, hab' ich geflasht. Wir haben Jungler noch nicht gesehen, er kann was sagen. Äh, top. Ja, aber ich denke... Ja, ich wollte es nur gecoyert haben. Oh. Okay. Wir haben ihn, wir haben ihn. Ich hab' nicht, Hermin. Oh, sorry. Hat er geflasht? Ja. Äh, ja. Ich hab sogar gar nicht ehen müssen. Gut job. Äh, ich mach Golems und komm direkt in den Lane. Oder gehst du back? Ich werd' backgehen, wenn ich das reinpusher. Weil... Okay. Kommst du mit TP wieder? Ne. Okay. Ja, verändert sich etwas an eurer Spielweise, Botlane, jetzt? Müsst ihr anders spielen? Ja, wir haben keine Summers mehr. Aber ansonsten... Ne, ich mein... Actually, wenn er hier ein Go macht, kannst du kurz vorbeikommen. Wenn ich fast Kabel mache. Ja. Ja, der macht hier ein Go. Okay, ich scho gar nicht. Boah, der war sick. Können wir burst? Ja. Go, go. Bot ist Mist grad. Ich zieh hoch. Ich komm top. Ich komm top. Ich komm top. Ich komm top. Rennen, 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 rennen. Ich komm, ich komm, ich komm. Lauf, 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 lauf. Liskung ist immer noch Mist. Oh, du bist da stehen geblieben so komisch. Ja, ja, ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Ja, du hast Kabel bekommen. Oh, ey. Ja. Mann, ich war so happy. Ich dachte echt, ich kann dich retten. Und den Double Buffs neken vor allem. Das glaub ich. Alter, wenn du das so was siehst, dann denkst du ja immer nur so, oh yes, ich hab die Push Pressure. Ich hab gar nicht weiß, warum ich die hab, wenn ich ehrlich bin. What? Du musst ein bisschen gucken. Die Hooks sind ein bisschen weird. Weird meint sie verbuggt, oder? Das war grad richtig weird. Die sind grad zur Zeit alle so irgendwie. Dass die manchmal so an Minions vorbei einfach ballern und so. Ey, das ist ja normal. Aber der war grad, der ging grad sogar an Zola irgendwie vorbei. Das war ganz komisch. Der Zola ist glaub ich ein bisschen zurückgestackt. Wir können wieder Top killen. Ich war eigentlich safe, dass er mich trifft. Deswegen hab ich mein Specialty auch angemacht. Ich halt auch. Liskwing move Mitte vielleicht, pass auf. Ich bin Mitte da, Johnny. Liskwing wird auch Mitte sein gleich. Ich hab das geflasht. Oh my bad. Ich dachte ich hab Plans. Oh, der geht hier drauf, Kevin. Ja, go, go. Liskwing ist immer noch miss. Okay, ist er da. Nice. Wir können unten eigentlich einfach farmen. Ja, wir machen das hier top. So, und jetzt geh ich hier rein, Kevin. Push. Midlane ist höchstwahrscheinlich base. Lange weg sein, ne? Also du kannst Invaden, Wards stellen. Ja, dann mach ich das. Das war echt gut von denen gemacht. Hätten die das besser gespielt, wär ich grad gestorben. Boah, Sugar ist hier. Okay, Sugar ist sportlich. Ich geh hier rein. Wow, ich konnte, weil ich gesilenced war mein Pot nicht nutzen und bin gestorben. Wie gesagt, die ist base. Aber die ist halt schon lange base. Also, bisschen risky. Ja, verdient gerade. Die werden einen Bot-Turt kriegen. Die haben eine riesige Wave grad. Echt? Ich könnte nur aus der Base, aber da... Also, wenn irgendjemand Bot hingehen kann, ist easy death. Aber ohne death kriegen wir den. Kann nicht. Kann der da auch nicht. Wollen wir... Galium? Okay. Ah, wobei wird sogar knapp. Aber über die Pflanze kann der kommen. Kannst du dich nochmal flayen oder so? Ja. Kann man ultimate up. Oh, oder so. Fantastisch. Ah, okay. Bot-Turt über die wahrscheinlich. Nice. Aber ich werde jetzt die nächsten 20 Minuten nur farmen müssen. Ich bin ziemlich hart behind. Okay, die ziehen durch. Okay, kann nicht. Der Turt ist down. Ehm... Ehm... Einen Moment. Mitleine Smith. Mitleine Smith. Mitleine Smith. Mitleine Smith. Boah, ich hab's Angst. Boah, sie hat auch top ist. Middle-Spot. Okay. Geht tanken? Kann's auswählen? Nice. So die hat 0, ne? Okay, wir... Zummer ist Hardfly. Ja, macht einfach weiter so. Hier ist ein Ward drin. Ich chill einfach jetzt am T2. Wir müssen aber aufpassen. Der Blitzkring... Nein, hat der nicht. Der Blitzkring würde die ganze Zeit roam. Wir müssen aufpassen. Der wird nichts anderes wenn wir an dem Spiel außer roam. Kann doch sein. Also die werden jetzt wappen so. Ich bin halt scheiße behind jetzt. Betrachtet mich als Minion ungefähr. Warum bricht der jetzt ab? Geht zu Midlane? Als Minion, der euch movement speediert. Shogart ist jetzt so Level 6. Irgendwann mal. Ich könnte Level 6 werden. Okay, Max. Ich bräuchte dich gleich, um hier bisschen zu holen. Kannst du dich ein bisschen hinten, ob ich den nehmen kann? Ich kann grad nicht, weil Blitzkring miss ist und ich... Wollt ihr top gehen? Oder... Was wollen wir machen? Ich glaub ich brauche wohl... Weil sonst verschwenden wir meine Stärke. Wenn ich oben gegen 2 muss. Ja. Bestimmt. Aber die Tufen können wir glaub ich nicht lane gerade, wenn die's gut spielen. Also die könnten uns einfach... Ohne, meine, meine, meine. Er ist oben, er ist oben. Wow. Wow. Dann einfach raus pushen und den aus dem Weg gehen. Gott ist wie der Mist. Alter. Das ist halt die Phase, wo Blitzcrank ein schwerer Champion war. Du rennst einfach rauf, verkackst 10 Hubs, nichts passiert. 11. Also Blitz. Ich muss eben 10 Gold warten, Leute. Okay. Ich kann hinter nicht kommen, oder? Ich kann hinter nicht kommen, oder? Ja. Let's crank. Okay. Ich gebe dem Blumenklapp jetzt verlappen. Ja. Ja. Achtung, Solar. Lass da hingehen, Max. Vielleicht können wir da, wenn die Uli sind, noch was machen. Ja. Okay. Ja, wir können den machen. Wir können den machen. Ja, ich ward nur grad. Wir können, dass das alles passiert. Sorry, dass ich den zu früh gepolt hab. Die Thumbs up die sind super. Ja, alles. Mittlerhin wird nicht gefeiert. Mist, 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 Mist. Na rein. Hier. Danke. Wenn ich hochbromm, können wir die töten, kämpfen? Sonst, glaub ich, gar nicht. Der hat wieder Flash out. Oh, fuck. Ai, 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 ai. Yo, gut gepanickt. Ich hab mich so erschrocken, Alter. Hortelm auf Mitte. Soto hat immer den First Move. Ich kann das nicht unterbinden, aber ich... Ach ne? 3 ist in Mitte? ich hab ganz gut eigentlich hatte blitzkrieg noch flash wir haben das ist doch hier also hier in dem bischen und so um den blitzkrieg möglichst viel zu sehen die ziehen jetzt wieder die haben nichts im jungle sie wollen ja ich bin safe, ich bin safe, alles gut biskrieg wieder miss, alle da, der hat aber richtig bock auf den dive ja die werden jetzt mitte ziehen rein, also finish rein mittler ist doch ziemlich healthy also gibt das hier nicht kampflos ab biskrieg miss ja ich kann vielleicht gleich den herald solo machen wenn die wir können auch topdiven, topdiven, topdiven ok, Suntra zieht jetzt wieder bot chugard wieder bot verliert ihr dann ein turret? ja, ein bisschen, wenn Suntra auch noch kommt wird es schwierig ok, ich gebe base, wir können noch ein package irgendwo hin wir werden wahrscheinlich mitte holen gehen bot wieder miss, so drückt können wir das deathen, die da sind wir tot ok, chugard wieder mitte, ich habe alles gedruckt blitzkrieg und blutkrieg sind auch wahrscheinlich da alter schwede, das ist hier echt ich komme, ich komme, ich komme, ich bin ja in spade, ey juhu ah, das misst ihr einfach der pusht mir rein ok, mittler entfällt ah, er kommt, er kommt, er kann nicht bleiben warum nicht ich finde es self-coaching, wenn du irgendwas alles machen kommst wenn du tankst, dann kommst ruhig ja, boi, p oh, sch***, noch für sich kann trotzdem noch, oder? mittler miss, vier miss, drei miss äh, wir sind doch nicht wir können ja jetzt was machen, jungs die haben quasi noch alles, wir haben hier echt nicht also hier ist alles, alles komplett Ich bin echt scheiße an Mathe. Ich hole danach auch wieder einen Pink. Wir brauchen dringend die defensiven Pings. Ich kann kaum. Das Problem ist, dass die jetzt wahrscheinlich über alle anderen kommen werden, also müssen wir aufpassen. Die werden jetzt top gehen. Mischen wieder auf Essenz Viva. Also ich hab echt einen richtig guten Farmer. Ich bin richtig gut dabei Jungs. Rotland-Torot hat 100% Leben. Hier unten ist wer, Kevin? Ihr könnt gleich wegkommen. Jogard ist da. Die haben gesehen, dass ich gerecht habe. Ich komm mit Package-Top. Ich komm mit Package-Top. Ich komm mit Package-Top. Ich bin auch unterwegs, aber ich brauch noch ein bisschen. Oh, dass der keinen Flash-Drop hat. Er hat keinen Flash-Drop. Jetzt sind 5-Top. Ne, Ne, Lucien war nicht da. Okay, kann ich nicht. Jetzt ist er da. Jetzt sind hier oben vier. Ja, Syndra wird auch irgendwo wahrscheinlich. Ich hab jetzt eine schöne T-Up. Ja, Syndra moved auch zu euch. Syndra moved auch zu euch. Du? Jetzt Blitzkrieg. Hat Syndra jetzt Summoners ab? Ja, alles. Syndra moved auch, Syndra moved auch. Wir wollen auch Package, aber... Achso, dann geht's ein bisschen frisch. Davon nicht zu viel. Aber ich mach halt gar nichts. Können wir hier nicht boarden? Kein Wort. Zeit ist doch noch nicht mehr fertig. Der Bot ist ein Viertel HP. Nice, Bob. Schade. Schade. Ein Drittel HP weg. Nice. Lass so Leute machen, so. Ja. Syndra ist hier. Half-HP. Okay, nochmal sowas machen ist sie weg. Die alte Ho. Die haben wirklich wirklich guten Siege, so. Ja, pass auf. Die Ho. Ein Drittel. Uiuiui. Ja, den Turret hab ich. Nice. Die sind am Harrow. Die sind am Harrow. Okay, ne. Ich hab hier nicht ganzes. Achso. Ne. Die andere haben gebrochen. Ich bin da. Du? Da. Ich bin am Move, ich bin am Move. Pass auf, pass auf, pass auf. Alles gut. Ich hab den richtigen Brainfart moment. Ich muss einfach nicht wo du hin bist. Könnt ihr bitte pushen? Könnt ihr bitte pushen? Ja. Galio miss. Wer weiß? Wenn wir Sola gegen Galio schicken, ist super. Der kann mich nicht töten. Ja. Hier kommt Cho'Gard. Not gegen Elend. Was ist jetzt da? Oh shit. Ah fuck. Der wird so? Ich komm mit. Galio wird Mitte ulten. Galio wird Mitte ulten. Ich komm mit. Hier. Hier ist Lucien. Oh fuck. Der hat mich gewanscht. Also quasi. Können wir hoch ran? Ne. Ich verliess als Bitlame Priority. Ja, 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 ja. Ich muss train. Der hat Ulti raus. Wir haben nur noch Mitte. Ich kann noch Mitte und du ist halt dann Johnny. Er hätte mich halt viel gefährdeter. Also kann ich noch viel weniger safe haben. Mitte kann ich eigentlich safe haben. Aber dann du mal die Wave. 140 Tests auf 14 Minuten. Ich fühl mich, als wäre ich nicht Johnny, Alter. Ja. LP geht just nicht Johnny. Just not Schmidt. Da ist irgendwas. Irgendwas ist da falsch. Pink warts, Leute. Pink, pink, pink. Anna steht noch. Hier wurde grad gewartet. Ich geh jetzt botlane. Ich bin ziemlich dick so. Was ist mit dem Drake? Ja. Natürlich nur, ob sie wollen. Ich glaub ich werde Top Tom kriegen. Botlane ist auch noch ein paar jetzt, ne? Ja, botlane hat 300 HP, der tölt. Nein, die haben keine gute Koordination. Die haben auch ein bisschen hier. Ist okay, ist okay. Für den Dragon, äh für den Top Tom. Haben wir hier einen Bluttrinket? Ne. Können da hin gehen. Da sind die, da sind die Fucks. Alter. Ich hab ja meine Spinnis. Sie sagen, da können wir nicht hingehen. Ne, du wachst unbeirrt. Ja, ich hab schon damit gerecht, also. War jetzt nicht komplett YOLO. Loi. Sola, ey Kutscher, hat hier was? Nicht zu hart committen. Einfach ein bisschen. Du hast Mitte. Ich habe nach oben Pressure. Können wir nach oben, wenn du willst. Wir müssen nur irgendwie die T1 Tower down kriegen. Mitte T1 ist auch low. Ja, Mitte T1 ist auch low. Ja, Johnny wollen wir unten nehmen? Ne, geh du zum Team, geh du zum Team. Du musst eher bei denen sein. Ich kann aufpassen. Oh, ich hab ja ein Problem. Ich komm zu dir. Ne, kommst du nicht. Er hat geultet. Er hat geultet? Er hat geultet. Instant. Ob er ein trickiger Bot ist. Also er wird Lucian komplett Spot side. Äh, ich muss resetten. Okay, ja, ich resette dann auch. Ich hab Top Jungle für mich. Lucian Spot. Ach, der. Ja, bis dann so. Ich muss noch eine, weil ich auch base. Blitzgang mit dir. Denkt weiter an die Pinks, ne? Ja, ja. Meiner steht. Ich geh wieder Bot, die Wife gegen Lucian auspischen. Oh, da steht ja schon was. Nö. Wenn du eher Bot willst, geh, kann ich auch wieder mit dir gehen. Nein, nein, nein. Ist das ok. Ne, ich krieg Lucian komplett ins Restbrett. Ja. Aber ich glaub jeder. Nö, nö, nö. Der macht nix gegen mich. Nö, er ist nicht so krass. Ich mein nur, dass Lucian ist sehr gut gegen CV und ich bin halt. Aber ich bin ja nicht so weit wie ein. Ne, ich hab ja gut gefahren. Vielleicht zu ihm zumindest. Okay, klar. Ich hab ja auch hier war ein Wort, Kevin. Lucian ist jetzt bitte, ich push noch eine Wave. Kann sein, dass die Harrod machen. Ja, die gehen jetzt durch den Geld. Was auch wegen Hook, ne? Die haben wahrscheinlich da überall Vision Radar. Das ist gegen Bot Lane Tier 1, Trey. Nö. 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 Vielleicht krieg ich sogar Mitte turret. Nö. 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 Ravekuirn grad Mitte. D monde ravekuirn. Ich kann mal hinziehen. Langsam. Nein, ne. Ich gehe raus und hab mir zu Whisky. Nö. Na, wo die sind. iezquareli ist,点 alle Top. Drei Top, drei Top Din Radzie De Auch Top. Wenn ich die Klingeln tötet, dann gehts die Klasse. Wett, mal wett. Oh, dass die hier einen Pinkbot haben, wie facken viel Spell. Ich spiele komplett den Blitzcrank aus. Fuck. Ja, Blitzcrank Mitte, pass auf, pass auf. Leider nichts zu contesten. Super nervig, wir brauchen einfach mehr Vision. Aber die clearen das, das ist das Problem. Und wir können es nicht contesten. Pass auf, da war Blitzcrank auf der anderen Seite. Ich kann wieder Package aufnehmen, dann können wir ein bisschen was contesten. Wir können, wir können Mitte, ich kann gleich Mitte debieren. Okay, dann nehme ich Package, dann nehme ich Package. Durch den Package. Ich komm jetzt, äh, ich komm mitlein rein. Ego, go, go. Sulti. Sollten wir haben, keiner stoppt dafür. Oh man, das war richtig nice. Wir kriegen ja mal mitlein. Können wir hier Vision haben? Vielleicht kann ich da rüber verküllen, wenn einer den Chokepoint nehmen will. Aber war vielleicht ein bisschen gut. Ja, das ist gut. Aber wenn die Syndra auf die 0-3-0-CV ultet. Ja, du kommst von hier. Max dann hier. Johnny pusht. Ich und Johnny. Ey, du kommst von hier. Du kommst von hier. Achso. Top in den Harald, ne? Ich bin dann 5 wieder da. Kann ich auch top ziehen. Warte, wir gehen drauf. Wenn die Syndra im Team fällt, weiterhin mich ultet, ist es halt Free Run. Ich bin dann komplett useless. Pass, 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 pass. Ist noch was schlecht? Ich werde eh nämlich Bot-Farm. Oh fuck mal live. Bitte? Unterwegs. Ey, der Blitzkrank ey. Klasse, dass ich die fucking Lantern nicht klicken kann. Ich hab voll weggezogen ey. Alter, voll gut von hier ey. Oh, da steht da ein Pink Ward drunter. Ich hab immer so, das ist jetzt aber vom Ring in die Traufe ey. Oh, perfekt vorbereitet mit mir ey. Also ich bin echt richtig gut farmmäßig da, aber ich bin echt fett. Also ich hab richtig Scham im Haus. Ich überlege, ich hole mir wahrscheinlich einfach Spirit Visage oder? Joa. Kannst du ja Banshee holen. Ein bisschen Mask vielleicht auch, damit Johnny ein bisschen mehr Damage nochmal. Ah, Banshee ist. Oh, ein bisschen Mask vielleicht hier. Bin ich echt richtig. Ja, dann ein bisschen, ja. Ja, natürlich fein ist so. Ich weiß gar nicht genau. Aber ich geh erstmal noch auf Leon Dries. Joa, ja. Ich stell mal ein Pink Ward mal Defensive hier. Der Dush macht jetzt halt grad echt viel Damage. Da müsst ihr aufpassen. Der Dush macht jetzt halt grad echt viel Damage. Wir haben in 40 Sekunden haben wir einen Drake zu fighten. Ja. Ist halt kein... Wie machen wir den? ...ultra krasser. Also müssen wir mal gucken. Aber vielleicht können wir den... Können wir den... Ein bisschen mit... Ja, das ist bei der Pflanze, bei der Vision Pflanze. Sorry, dass ich grad ein bisschen deine Campsloot noch weiß. Wollen wir den Drake gegen den Turm tauschen? Ähm... Gegen Mittlerhin würden wir trainen, ja. Aber ich glaub nicht das hier ist zulösend. Hier ist ein Blue Trinket, das heißt in dem Bush haben wir keine Vision. Achtung, Blitz. Hat der Flash ab? Weiß das wer? Nein, hat er nicht. Hat er nicht ab. Okay. Wir können einfach Flash an jetzt. Ja. Jo. Können wir das hier clear? Stimmt. Ich hab verzogen. So wichtig ist mir das Jungs. Ja, wir müssen vielleicht zu mir misst ziehen müssen. Ja, ja. In der Mitte noch Jogart macht den Solo grad. Jogart? 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 Jogart, der Blitz charities? Einfach einfach... Ruhig, ruhig, ruhig. Vielleicht noch meinen Hooker mit那个 Qss. Jetzt, als ich wer kann. Ja lauf! Ich schreck schon mal. Okay. Okay, wir haben hier früher in der Mitte. Nehmen wir rein, keine mit elf. Schauen wir mal. 2-4-1 plus Drake, das passt. Vielleicht können wir noch was machen irgendwie. Titanic jetzt schon fertig? Du? Ich hab Titanic fertig, ja. Mit Tower ist quasi weg. Du hast ja T1 oder T2 noch bekommen oben. Jo. T1 hatten wir schon längst. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass die nicht unten Sneaky Nash-Wash machen. Ne, T1 weiß ich schon. Nash meinst du? Ja, wir müssen bei Nash jetzt extrem aufpassen. Achso, ich hab schon T1 und T2. Denkt weiterhin bitte an die Pinkwards, gerade jetzt in der Nash-Zeit. Super richtig. Da hat wir jetzt zumindest hier den, also den Weg, die beiden Fische. Wir müssen aufpassen auf den. Wir kommen Blitz. Ja eben, deswegen. Wir kommen Blitz. Wir brauchen Vision by Nash. Für mir ist auch einfach nur ein Piss normalen Ward drüber. Hast du ein Ward? Ähm, nur ein Pink Ward. Ich hab noch welche, aber ich... Der kommt Blitz. Der ist hier alleine. Aha, der hat alles hinter dem. Die stehen alle hinter dem. Ich bin auch nicht da grad. Ich hab wieder ult. Die. Die gesweeped. Ja. Hier ist ein Ward jetzt. Ich hab'n Pink. Ja, der ist halt im Pit und will rausrücken. Passt aus. Da würde ich nicht lang. Ich hab... Ja, in der Mitte pushen. Hier ist wieder der Wichser. Pushen wir mal raus. Der kommt zu mir. Die Faller kommen zu groß, Kevin. Ist egal. Ja, Achtung, das Wichs. Könnte dran sein, ne? Achtung. Ich hab auch noch ein Blue Trick jetzt ab. Können wir auf Lucien drauf? Ne. Er hat weggedasht. Ich muss ja gold. Achtung, dass sie nicht zum Iron gehen. Ja, wir brauchen neue Wards. Habt ihr noch welche? Ne, ich müsste back. So, ich hab grad den... Ich hab grad den... Ward bekommen. Den Pink Ward weg. Ich geh schnell weg. Soll ich Bot treffen, oder? Ne, ich... ich geh gleich. Glaublich, dass der Bot gehen kann. Ja, die pushen wir. Ja, aber die machen nicht so viel Schaden. Super Schneider. Oh mein Gott. No. Don't get it. Die werden... Die werden das jetzt wahrscheinlich machen. Ja, ich glaube. Eventuell. Ja. Ich hab Blue Trick jetzt auf Cullen. Ich hab Blue Trick jetzt auf Cullen. Ich hab Blue Trick jetzt auf Cullen. Kann tp'n? Wir sollten, wir sollten contesten. Willst du? Willst du den Nischaub geben? Wollst du nicht. Boah, die tp'n schon drauf. Ich hab'n Blue Trick jetzt noch. Ja, dann mach' mal. 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 Ja, die sind da Ulte raus. Ja. Na, kann man, ich kann man. Ja, die haben die Fils, meine Fils. Ach, schade. Schaut sogar ne dicke Rocket ab, ey. Ich versuch' kurz von... Ey. Leih, hast die Firma wussig gefuckt sind grad. Lass gucken, ob wir von hier was catchen können. Solar bleibt da stehen, damit wir deine Vision haben. Wir catchen den Shogart. Luschen, 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 Luschen. Hab' ihn. Nice hoch. Super, wir können. Blitz, 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 Blitz. Ja, aus, raus, 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 raus. Okay, sehr schön, sehr schön. Nice. Boah, das war Jullshit. Hier steht wahrscheinlich Syndra. Ja. Kannst du rocken? Ich appeal noch Verdi. Ich appeal noch Verdi. Ah, man weiß nie. Ne, ich hatte die bis hier gechallt, aber... Ja, kann sie machen so. So ist sie. Alles gut. Ich hab's ja noch mal getroffen. Ja, kann jemand machen gehen schnell? Ja. Oh, da hat eine Caster mit mir gemacht. Mit dem da pink drin. Das war schön, Jungs. Ich hab halt echt Scham für... Was hast du das? ...2 im Moment, also wir können halt... Ja, ich hab auch jetzt in der Match. Fast schon GA. Ja, ich mein Late ist halt geil. So, die haben so viel AP Damage. Ja. Also Late gewinnen wir auf jeden Fall, wenn wir nicht komplett dumm stehen. Und hast du dein drittes Item? So, oder? Hast du viel, ne? Brauchst ne langer Hand. Oh, ich hab gleich BF und Merkos heute, ja. Achso, ich push in alle Mitte jetzt mit dem Baron Buff. Ich hol... Kann ich den Hot Jungle machen? Nee, Cut's auf gar kein Fall. Du musst töten. Komm mal. Ich bin aufm Weg. Ich bin aufm Weg. Ich bin aufm Weg. Denk mal, die müssen die Package respektieren. Vielleicht können wir damit ein bisschen Nash time. Ich nehm mal was. Nash ist ja eh nicht mehr so lange. Ja. Top ist ne richtig dicke Wave Blitzringer. Keiner geht da hin. Keiner geht da hin. Holy Shit. Alter. Was ist denn heute los? Ich würd' ich sagen. Du schaust gerade noch mal einen sehr großen Power Spike. Also jetzt gerade müssen wir nochmal vierer Spike machen. Alter, wie ich diese Top Buller. Den müssen wir droppen gleich. Wer droppt den. Schöner Damage. Pass auf. Der Blitzcrank Flash? Müsste haben, ja. Wahrscheinlich haben wir uns. Wir brauchen noch eine Minute. Das wäre weg. Kann sie hier clear? Den Blue Wolf trinken. Wir werden versuchen vielleicht zu rotieren. Pass auf Mitte kurz. Ich hab' J-Up zum Kaufen. Wollten müssen Bottle noch sehr viel. Ich glaub' wir haben den Branden überlebt. Du gehör' es doch ab. Pass auf, wir können hier. Die werden Top noch rotieren wahrscheinlich. Ich hol' fix den Blue. Galeos. Ich glaub' man, die haben so viel Boss länger, oder? Die ist Pink. Drake ist in 15. Ich weiß nicht, ob die nicht einfach gerestert haben. Oh ja, die haben geresterted, actually. Das mal gucken, ob die Platze kriegen. Wahrscheinlich. Was ist trotzdem hier auf? Für den Pink-Wort. Wer? Jetzt kannst du. Oder den Ruschen? Da, 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 da. Ich hab' kein GP. Ich hab' kein GP. Ja, wir wollen einfach nur wischen und raus. Machen wir schön deinen Grumpy. Geh' auf dir. Geh' auf dir. So is it. Ich ruf' jetzt. Ich ruf' jetzt. Ihr Bots. Vielleicht können wir hier hin. Pass auf, pass auf. Sie ist grad gesplittert. Wir müssen zusammen sein. Alter, ich muss auf jeden Fall stehen. Ich will da Mitte noch reinpushen, aber? Hier, Luci. Können wir den Greif? Sind dran. Ja, wir kommen, wir kommen. Ich komm. Auf die Luci. Auf den Luci der Tabi. Ja, Syndra und Blitzen später da. Galio hinter dir, pass auf. Ja, ist okay. Galio. Ups. Galio ist in uns. Ich hab' die Suche. Ah, die Frontline, Alter, kommen da nicht vorbei. Ah, shit. Ja, der Chugert hat halt die Galio Hilt bekommen, dann ist er halt so wie viel. Ah, die haben gespielt, aber wir waren nicht schnell genug. Glauben. 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 Ja, das ist halt kacke gerade. Wir spielen nicht unsere Comp richtig. Hm. Okay, wie sollten wir es spielen? Gut, der Dreck war eh schon down, ne? Also ich glaub Teamfass gewinnen wir nicht. Soll ich kurz mal pausen? Nee, nee, nee. Also sowas machen wir generell nicht. Ja, wir können trotzdem mal drüber reden, was wir jetzt am besten machen. Ja, wo ist es tricky, wenn Kevin Wurschlag hat? Ich weiß nicht so. Ja, ich hab' gesagt. Eigentlich ist es Wurschlag, aber wir können halt nicht treffen. Genau, oder so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir halt den größten Cancer Champ, der jemals programmiert wurde. Das ist schwer. Da gegen mich zu hinten. Ich hab' sogar meinen Spaceship. Geh's doch. Ich hab' aber. Okay. Chill, chill, chill. Wir gehen in the tour up? Ja, das war alles drin. Das war alles drin. Können wir uns jetzt konzentrieren? Die sind super low. Die haben die Galio, glaub ich. Oh, die Galio ist tot. Ja, fuck die tot. Komm, Max. Komm. Sorry. Okay. Das Blitzkrieg war der nächstes Game. Ja, das können wir machen. Wir gucken. Wird's ab? Können wir holen? Das wär's Jason. Der hat keinen Ball. Ich hab' noch's recalled, Galio's recalled. Boah, Alter. Delusion, ey. Oh, das spielt ein Autogame. Ja, okay. Das war's Game. Oh, Mann ey. Das würdest du jetzt zehnmal catchen lassen, weil wir nicht mal gefogelt sind, weil... Also... Egal. Ich kann's wirklich nicht gegen Glitzkrieg spielen. Also ich kann's wirklich nicht, tut mir leid, aber... Ich kann wirklich nicht gegen Glitzkrieg spielen. Ich verliere ungefähr 95% aller Ranks, die ich jemals gegen Glitzkrieg spiele. Weiß nicht, was mit dem Champion ist, aber... Ich kann's nicht. Was ist das jetzt? Wir werden mal klicken, ob's da noch ein K-K-Krieg gibt. Ja, das war eine weitere Runde. Okay, aus Spandau 1-1 steht's. Bis zum nächsten Mal, tschüssi. Ja, warte, da gucken wir's noch die... Da... Da müssen wir uns ja noch angucken, ja.